hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns gemeinsam an wie du in microsoft excel zwei tabellen abgleichen kannst bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer im bereich business intelligence anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen jetzt starten wir los hat man zwei tabellen in microsoft excel die sich ziemlich ähnlich sind und man möchte die genauen unterschiede farblich herausfinden so geht das mit der bedingten formatierung ich habe dazu ein beispiel vorbereitet und zwar habe ich die entsprechenden mitglieds nummern oder mitglieder und den mitgliedsbeitrag ob dieser bezahlt worden ist oder nicht und zwar für das jahr 2021 so und auch das für das jahr 2020 wie hier zu sehen wurden alle mitgliedsbeiträge bezahlt für das vergangene jahr und für das aktuelle jahr sind zwei mitglieds beiträge noch nicht bezahlt worden um diese nun automatisiert und farblich hervorzuheben gibt das nun die möglichkeit der bedingten formatierung dazu wähle ich im ersten schritt für das aktuelle jahr das zu vergleichende hier oben in a1 die gesamte auswahl selektion durch anschließend wähle ich im startmenü unter format vorlagen bedingte formatierung selektiere neue regel und erhalte nun ein weiteres fenster darin kann ich nun die auswahl formel zur ermittlung der zu formatierten zellen verwenden und wähle nun für diesen bereich die entsprechende formel aus sind indem ich auf dieses kleine symbolen her drücke anschließend wähle ich nun die entsprechende excel zelle aus und zwar diese ist a1 und muss noch berücksichtigen dass es sich dabei um einen relativen bezug handelt aus diesem grund führe ich nur die auswahl auf a1 ohne diese dollar zeichen durch anschließend gebe ich noch ein vergleichswert somit ist nicht gleich und wähle dann im vergangenen jahr die entsprechende zelle aus und zwar auch a1 und verwende auch dort einen relativen bezug nun habe ich die formel erstellt und kann nun bestimmen wie ich die unterschiede farblich darstellen möchte in meinem fall wähle ich die farbe orange aus und bestätige mit ok anschließend nach bestätigung sehen wir dass microsoft excel die unterschiede automatisch farblich erkennt und uns anzeigt wie ihr seht könnt ihr mit dieser methode ganz einfach zwei tabellen miteinander abgleichen und farblich hervorheben falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und freue mich wenn ihr auch im nächsten video mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg gut